Gut, dann geht's hier nochmal runter und wieder zurück. So. Und dann machen wir das hier mal lang. Hier rüber, wieder da hoch. Wir tragen jetzt halt wirklich einfach dieses ganze Gezuppel ab. So, dass wir hier wirklich einfach eine Felskuhle haben. So, und das bedeutet, der Baum muss auch dran glauben. Haben wir noch eine Axt? Ja, wir haben noch eine. Super. Okay, und dann würden wir den Spaß wieder weg machen. Und eine Schaufel haben wir wieder nicht mehr. So, das macht jetzt aber erstmal nichts, weil ich dann... Nee, nicht mit dir, sondern mit dir sagen würde. Zack, 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 zack. Weil wir brauchen ja hier am Steinbruch, wo denn sonst braucht man natürlich auch immer... immer... ...so. Sowas. Zack. Und natürlich brauchen wir auch sowas. Also einmal brauchen wir natürlich... ...ähm... ...einmal brauchen wir natürlich... ...eine Werkbank, wo wir halt unser Zeug herstellen können. Eins... ...zwei... ...drei... ...und vier... ...jo, und dann brauchen wir hier eine Krustelkiste. So, wo wir das ganze andere Gezuppel reintun können, das wir halt nicht brauchen, aber dabei haben. So. Ah, das sollte ich da nicht liegen lassen. Die würde ich auch gern da behalten. So, und dann... ...das ist jetzt erstmal in Ordnung. Und hier haben wir natürlich dann eine... ...Lagerkiste... ...für die Steine, die wir abgearbeitet haben. Abgebaut haben. So, und dann können wir hier... ...ach ja, Steine sollte ich vielleicht nochmal mitnehmen. Können wir hier nämlich noch ein paar Schaufeln herstellen. Weil ich das Gefühl habe, dass wir da jetzt so ein paar brauchen werden. Ähm... Zack. Zack. Also. Wer ist das du? Wer ist das du? Und... ...eins... ...zwei. So, das sollte erstmal reichen. So, und dann würde ich hier... ...wirklich sagen, machen wir hier mal eben. Wählen wir hier ja arbeiten wollen. Keine Ahnung, was ich mir damals irgendwann mal gedacht habe, was ich hier aus dieser Kuhle mache. Aber jetzt, wo wir halt wirklich einen Steinbruch brauchen und die Menschen damals halt noch nicht so darauf bedacht waren, was ist vor der Tür, was ist nicht vor der Tür. Ähm... ...hauen wir diesen Steinbruch halt einfach vor der Tür. So, wie sich das gehört. So, oh... Gut, dann würde ich mal sagen, fünf... ...nä, sechs... ...fluff... ...fluff und fluff... ...fluff... ...und... ...dann würde ich hier mal ein bisschen Erde abladen. Weil wir davon einfach ein bisschen zu viel haben. So, wie gesagt, das ist diese Gezuppelkiste. Und dann können wir das alles hier einsammeln. Wunderbar. So, dann gehen wir mal wieder nach oben. Ähm... ...und fangen mal an hier weiter. Gezuppel wegzuhauen. Wie gesagt, wir machen das halt wirklich einfach nur, weil wir ja unbedingt... ...ähm... ...einen Steinbruch wollen und brauchen. So, komme ich von... ...da komme ich von der anderen Seite hin. Okay. Das heißt, das können wir dann später auch noch abtragen. Jetzt mal erst mal nicht. So, die nächste Schaufel. Bitte. Zack, 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 zack. ...und dann 32 Verwendungen holen. Ähm... Wieso kann ich aus zwei solchen Steinschaufeln noch eine Steinschaufel bauen? Also, du kannst mal hierher... ...du kannst mal hierher, dann kannst du hier oben bleiben. Und ich bin gerade ein bisschen irritiert. Aber es ist okay. Okay. Wir ignorieren das einfach. Dann... ...geht's hier wieder weiter. Das war so nicht geplant. Aber so ist es halt. Zack. Okay. Und... ...dann... ...hauen wir den hier auch mal weg. Wunderbar. Und hier unten drunter... ...haben wir ja hauptsächlich... ...Wasser. ...und von der anderen Seite... ...würde ich dann auch wirklich sagen... ...du kannst hier weg. Zack. Tschüss. Und dann gehen wir mal zur anderen Seite rüber, oder? Dann gehen wir mal zur anderen Seite rüber... ...kommen von da auf... ...diesen Schwebeberg. Wie auch immer wir da hinkommen... ...wahrscheinlich so. Und dann würde ich... ...dich mal abhauen. Wunderbar. Okay. Und dann würde ich... Aua. Dann würde ich sagen, Aua. Äh... ...das war nicht ganz so clever. Na toll. So. Hier rüber, da rüber. So. Machen wir das so. Zack, 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 zack. Und dann können wir das Gezuppel hier alles einsammeln. Und dann geht's mal los. Zack, 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 zack. Und dann können wir das Gezuppel hier alles einsammeln. Von mir ist auch dieses Gezuppel. Von mir ist das Gezuppel da unten. Und dann hätten wir das hier zumindest mal erledigt. Und dann müssen wir hier diese Ehrenddinger auch abhauen. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, geht's jetzt hier an der Stelle... Ähm... Wir hauen jetzt noch nicht das Zeug weg. Sondern... Wir machen jetzt erstmal folgendes. Wir... Ziehen jetzt erstmal die Schneise weiter. Eigentlich wäre die Schneise hier. Es ist schon wieder Nacht. Ich glaub's ja nicht. Gut. Und wenn wir hier arbeiten, eigentlich sollte ich dann hier... Ähm... Ein Dings haben. Wie heißt's denn? Eine Unterkunft. Weil sonst... Na komm. Weil sonst ist das Ganze alles so ein bisschen witzlos. Und mich wundert's ein bisschen, dass wir kein Getier hier haben. So. Gute Nacht. Und dann müssten wir mal schauen, ob wir noch Wolle haben. Ähm... Einfach damit wir uns ein Bettchen machen können. Ich hatte irgendwo braune Wolle, ne? Oben war das. Da ist nichts. Weiße Wolle. Das ist super. Dann würde ich doch mal sagen... Ich nehm dich mit. Und dann düsen wir mal hierher. Und dann basteln wir uns ein Bettchen. Zack. Und... Zack. Zack. Und dann haben wir das dabei. Und dann können wir das eigentlich wieder in die Kiste packen. Zack. Ähm... Ja. Und dann düsen wir auch schon wieder nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern nach drüben. Nach drüben. Ähm... Wo wir... Wo wir... Lustig weitermachen mit unserer Schneise, die wir da schneiden wollen. In den Berg. So. Dann geht's hier rüber. Geht's da runter. Wunderbar. Und wenn wir hier eigentlich sind, eigentlich müssten wir... ...das von hier ausgehend machen. So. Okay. Ähm... Machen wir dich auch noch alles weg. Zack. Und dann wird's eigentlich hier weitergehen. Nach oben erstmal. Weil das war ja das, was ich jetzt wieder vergessen hab. Was ja eigentlich das Sinnvollere ist. Dass man immer erstmal... ...die Schneisen von oben nach unten schneidet. So. Also. Zack. Zack. Okay. Okay. Das passt. Zack. 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 Wunderbar. Und... ...dann kann man hier noch einen runtergehen. Zack. 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 Und dann geht man hier halt rüber. Wunderbar. Das kann man jetzt natürlich rückwärts machen. Zack. Na komm schon. Super. Und... Zack. Und super. Ausgezeichnet. So. Und dann müssen jetzt erstmal die Bäume fallen. ...die hier noch um... ...triebig in der Gegend herumstehen. So. Bäm. 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 Wie gesagt. Wir sind erstmal jetzt umweltversch... Bäm. Das ist außerhalb. Der ist auch außerhalb. Zumindest noch. Aber der ist noch innerhalb. Also muss der auch weg. Baum füllt. Uah. Okay. So. Habe ich jetzt innen drin noch irgendwelche Bäume? Ich glaube nicht. Gut. Das heißt wir können jetzt wirklich mit der Schaufel hier sagen... ... ... ... Inventar schon wieder voll. Okay. Dann geben wir mal Zeug ab. Aber bevor wir das machen... ...machen wir uns hier hinten mal ein Kämmerchen. So. Und zwar wie folgt. Da habe ich Steine. Ich glaube ja. Ähm. Zack. 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 Und das wäre... Eins. Zwei. Drei. Eins. Oh. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Top. So. 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 Passt. 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 Passt.